Die Pellersdorffsche Verfassung von Franz von Pellersdorf ausgearbeitet und nach ihm benannt, ist die erste österreichische Verfassung, die auf dem Prinzip des Frühkonstitutionalismus beruht. Sie wurde am 25. April 1848 erlassen, aber bereits am 16. Mai desselben Jahres durch eine Verfassungsnovelle zum Provisorium erklärt. Sie war nur für die sogenannten Erplande bestimmt und galt aufgrund der dortigen Radikalisierungsprozesse nicht für das Königreich Ungarn und die italienischen Gebiete. Die Pellersdorffsche Verfassung wurde von den liberalen Kräften als zu wenig demokratisch abgelehnt. Nach der Überbringung einer Sturmpetition der Nationalgarden Arbeiter und Studenten in Wien wurde durch kaiserliche Proklamation am 16. Mai 1848 diese Verfassung als provisorisch erklärt und im Juli schließlich ganz zurückgenommen. Vorgeschichte Nachdem die französische Februarrevolution Unruhen in Mailand, Prag und Ungarn initiierte, griffen diese schließlich am 13. März auf Wien über. An diesem Tag musste Staatskanzler Metternich unter dem Druck der Verhältnisse zurücktreten und floh nach Großbritannien. Am 15. März 1848 kam es unter Druck der Märzrevolution zur Aufhebung der Zensur sowie zur kaiserlichen Zusage einer Konstitution des Vaterlandes. Des Weiteren wurden die akademischen Grundrechte garantiert und die Dispenspflicht des Toleranzpatents aufgehoben. Am 21. März 1848 nannte die Wiener Zeitung das amtliche Verlautbarungsorgan. Graf Franz Anton von Koloret Liebsteinski als Ministerpräsidenten, als Innenminister fungierte engterimistisch Billersdorf. Der im Mai selbst provisorischer Ministerpräsident wurde, sein Ministerium übernahm die Kompetenzen der Vereinigten Hofkanzlei. Der Billersdorf vorgestanden war, Vertrauensmänner der Stände und die Regierung arbeiteten unter der Federführung von Innenminister Billersdorf gemeinsam eine Verfassung aus. Diese Verfassungsurkunde des österreichischen Kaiserstaates trat am 25. April 1848 in Kraft. Die Verfassung sah eine Zusammenfassung aller Länder diesseits der Leithat zu einer konstitutionellen Monarchie österreichischer Kaiserstaat vor. Ungarn war von der Billersdorffschen Verfassung ausgenommen, da Ungarn bereits am 11. April die vom Ungarischen Reichstag beschlossenen 31 Gesetzesartikel und Reformen als Verfassung anerkannte und somit nur noch in Personalunion mit den übrigen Teilen der Monarchie verbunden war. Das am 8. April gegenüber Böhmen abgegebene Versprechen einer eigenen Verfassung wurde hingegen nie eingelöst. Es bestand lediglich ein internes Handschreiben des Kaisers mit dem Verfassungsversprechen an Minister Billersdorf, das die Tschechen in ihre böhmische Provinzialgesetz-Sammlung aufnahmen und es böhmische Karte nannten. Als Volksvertretung sah sie ein Zweikammersystem vor, gewählte Großgrundbesitzer. Kammer der Abgeordneten bestand aus 383 Mitgliedern, die vom Volk gewählt wurden. Dieses Parlament hatte kein Selbstversammlungsrecht. Dafür aber das Recht zur Gesetzesinitiative und war zusammen mit dem Kaiser an der Gesetzgebung beteiligt. Wählen durften alle großjährigen Männer ausgenommen Dienstboten, Fürsorgeempfänger und Arbeiter gegen Tages- und Wochenlohn. Träger der Staatsgewalt war der Kaiser, seine Anordnungen mussten jedoch von einem verantwortlichen Minister gegengezeichnet werden. Der Kaiser sollte allerdings ein absolutes Vetorecht gegen die Beschlüsse dieses Parlaments besitzen. Um weitere Aufstände zu verhindern, fühlte sich der Kaiser daran gebunden. Die Gerichtsbarkeit war durch unabhängige Gerichte gegeben. Verfahren waren öffentlich und mündlich, in Strafprozessen musste ein Schwurgericht einberufen werden. Die Verfassung beinhaltete unter anderem auch einen Grundrechtskatalog, was damals als ziemlich fortgeschritten galt. Dieses Unterschied zwischen Menschenrechten und Staatsbürgerrechten, die als Staatszielbestimmungen galten. Der Föderalismus hingegen war noch immer schwach ausgeprägt. So gab es noch immer Landstände, die kein eigenes Gesetzgebungsrecht besaßen und an dem des Gesamtstaates auch nicht teilnahmen. Sie hatten lediglich die Wahrnehmung der Provinzialinteressen zur Aufgabe und hatten den Reichstag über zeitgemäße Änderungen der bisherigen Verfassung und über die Grundentlastung Vorschläge zu erstatten. Die Verfassung sah außerdem Kreise mit Municipaleinrichtungen und Gemeindeverfassungen vor. Der aufgrund der Verfassungsnovelle vom 16. Mai gewählte Reichstag mit nur einer Kammer erarbeitete eine neue Verfassung unter Festschreibung der Volkssouveränität. Doch der neue Kaiser Franz Josef I. zwang dem Kaiserreich im März 1849 eine Verfassung auf, die aber 1851 mit dem Silvesterpatent wieder außer Kraft gesetzt wurde. Bis 1859 regierte der Kaiser allein.